In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr A-Dresen-Kunstwerk fertigstellen. Nach dem Verteilen des A-Dresens werden Luftblasen an die Oberfläche steigen. Sie können diese mithilfe Ihres Butangas-Brenners beseitigen. Der Abstand zur Oberfläche sollte ein paar Zentimeter betragen. Des Weiteren sollten Sie den Brenner in ständiger Bewegung halten, so als ob Sie Ihre Kleidung bügeln würden. Staubartikel oder Haare können Sie ganz einfach mit einem Zahnstocher entfernen und das Kunstwerk dann mit einer Box abdecken. Nun geht es weiter mit Schritt 6.